no why you do this not make so you are you are big paulette and junior 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 ist ja meine lieben ja ich habe jetzt mich erkundigt ja es stimmt es gibt wasser und stromanmeldung es gibt seine gründe warum dafür es hat nichts mit ich habe oder was weiß ich zu tun was you doing i must make a video please it's my job all you eat is from this junior what you doing junior give me five give me five give me five again i make your hand like a paulette ali sei mal seriöser bei so wichtigen themen ja ok junior how are you you can you can one two three four in france one is or that one more more to ten to ten ah and you knew to know you knew stupid oh you knew no very good very good very good and in madagascar speak one two three four five madagascar speak what 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 you hear junior junior ah good no peruque no peruque give me your hair give me your hair give me your hair i need more hair junior yes very good look i have black hair look people i have black hair ja ok also nochmal warum gibt es jetzt kein wasser und strom wenn man sich jetzt eine wohnung mietet oder kauft ohne ikamet kein wasser und strom sie haben das deswegen gemacht weil viele das ist auch mit dem internet teilweise gibt es kein internet oder haustelefon oder auch fest handyvertrag wie saut handyvertrag ohne ikamet warum jetzt sage ich euch die gründe die haben nämlich die schnauze voll davon dass die leute dann halt wieder zurückfliegen und wenn sie dann kommen nach einem halben jahr oder was auch immer wer wer kümmert sich um die rechnung wer deswegen wollen sie es nur an leute geben die halt hier leben oder für sie halt das machen ja ok jetzt wisst ihr es ihr müsst es verstehen die viele leute kommen her sind zwei morde im jahr hier kümmern sich nicht um eidat kümmern sich nicht um es kann sein dass es vielleicht auch mal für eidat vielleicht auch kommt die kümmern sich um nichts und auch dann kommen sie zurück das strom und wasser wurde abgestellt dann gibt es hektik stress schnell bezahlen schnell wieder freischalten und das wollen sie damit verhindern hat ihr verstanden das hat jetzt andere gründe die wollen halt sich stress und ärger vermeiden vermeiden no wow wow was we eat today hm chocolate yeah chocolate every time chocolate no 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 you eat too much no 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 i buy ice okay i buy ice 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 baby so meine lieben so viel von uns liebe grüße no 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 you are paulette yes you live you like this three three men in the video yesterday wer ist mama 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 okay also so viel von uns no 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 it's finish no okay we must wait good we must wait und liebe grüße von uns also wenn jemand hier was kauft oder was mietet und ikka mit dauert noch dann muss es halt jemand anders auf jemand anders laufen ja okay so viel von mir liebe grüße bis zum nächsten video so so